hallo heute ist der 18 dezember und wir machen deswegen tür nummer 18 auf ein nummer 18 so hier haben wir das man hört so gut wie gar nichts gucken mal rein und es ist aus der natun serie jetzt ist hier gerissen der kleine strauß hier ist er so sieht er aus gut das war nur dieses video ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ich sage schüss bis morgen bis zum nächsten Mal